Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 5. Juli 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 408 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch bereit. Microsoft To Do, Sync, Populare Apps, Twint, Netflix Ultra, Lesebestätigung und Sony Trailer. Oder eben nicht. Ja, ich beginne gleich mit Microsoft. Die haben ja eine To Do App, die ich sehr mag. Die Microsoft To Do ist sehr minimal, aber für das genau brauche ich sie, weil sie eben minimal ist und nicht überladen ist. Und die hat jetzt eine neue Funktion bekommen. Jetzt wird sie langsam überladen, denn jetzt kann ich einzelne Aufgaben als besonders wichtig markieren. Mit einem Stern. Wer das nutzen möchte, muss aber ins Beta-Programm einsteigen. Auf der Android-Plattform kann man das zumindest in der Beta-App das Ganze schon mal austesten und den einzelnen, aber nur den wichtigen Aufgaben einen Stern vergeben. Denn dann sieht man ein bisschen besser, was man am Tag machen muss. Ich mache es einfach so, dass das Wichtige oben an der Liste ist. Aber wenn die Liste mal länger ist, so 20, 30 Pünktchen hat, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man die eine oder andere Markierung irgendwie dazwischen setzen kann. Gehen wir weiter in Richtung Apple und genauer gesagt in Richtung iOS und noch genauer gesagt in Richtung iOS 12 und so weit in den Herbst. Denn viele der Nutzer oder die meisten, die allermeisten der Nutzer haben ja keine Betas drauf und werden das Ganze erst im September respektive Oktober, wenn es dann ziemlich genau rauskommt, bekommen. Und da gibt es eine Neuigkeit. Oder besser gesagt, Apple hat ja eine Neuigkeit verlauten lassen, dass sie im Bereich CarPlay andere Kartenhersteller auf das Gerät lassen. Und da hat jetzt mal der Hersteller Sipik, 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 mein Gott, lässt es in den Shownotes noch, nach der Bekanke oder ein paar Bilder rausgehauen, wie er das lösen würde, wenn er denn sowas tun würde. Quasi Offline-Karten direkt auf Apple CarPlay-System drauf. Wie das Ganze genau funktioniert und warum das so ist und deshalb auch nicht allzu ablenkend ist für den Fahrer, das könnt ihr nachlesen bei den Shownotes zu der Geek Talk Daily 408. Dann gibt es Neuigkeiten und ein PDF, was ihr euch runterladen könnt, wenn ihr interessiert seid an den besten Apps, welche es in den letzten 10 Jahren für den App Store auf iOS gegeben hat. Da hat es zum einen ein Ranking drin, welche Länder am meisten Geld in diesen App Store investiert haben. Natürlich nach Land und nicht nach Person und Land und so weiter runtergebrochen. Da ist Amerika, dann China, Japan, United Kingdom, Australien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Südkorea und Taiwan. Es hat auch weitere interessante Neuigkeiten, dass zum Beispiel eben 70 von 100 Apps bei Android drüber runtergeladen werden, aber 66 von 100 Dollar bei iOS ausgegeben werden. Dass deutsche Nutzer im Schnitt 107 Apps drauf haben, Franzosen 114 und im Schnitt 37 Apps pro Monat gebraucht werden. Und so weiter und so fort, da hat es noch ein paar Zahlen drin und natürlich auch die populärsten kostenlosen Apps und wie viele davon Spiele sind und genau welche Spiele das da am obersten Platz sind. Und natürlich auch die umsatzstärksten App aller Zeiten und logischerweise sind da zwei Streaming Giganten dahinter. Netflix und Spotify teilen sich da den ersten Platz. Alles andere daily.geektalk.ch, da findet ihr den Link zum Nachlesen. Twint, die Schweizer Lösung für Bezahldienste, also die Schweizer Lösung, ist zumindest die Banken denken, dass die Lösung ist für uns Schweizer, wie wir in Zukunft zu bezahlen haben. Die haben sich jetzt darauf geeinigt oder die möchten in Zukunft die Anlaufschnittstelle und der Standard werden, wenn es um das mobile Bezahlen geht. Zumindest halt eben wie der Insel basiert in der Schweiz. Das aber da möchten sie unter anderem Parkplätze, also so Säulen, wo man die ganze Bezahld und kleine Akzeptanzstellen etc. bedecken und innerhalb der nächsten fünf Jahren schon 90% vom Schweizer Markt erreichen. Aktuell haben sie 850.000 Nutzer, die sich die App mal runtergeladen haben. Wie viel das tatsächlich nutzen, weiss man leider eben nicht. Und wenn man so ins Freundesumfeld reinhört, sind das ja nicht ganz so viele. Aber dennoch, also für mich, ich nutze sie immer wieder und auch gerne online, aber auch zwischendurch mal offline. Kommt halt immer auf den Laden an, wo ich einkaufen gehe. Okay, Netflix hat's rausgehauen. Und zwar testen sie einen neuen Zugang, einen neuen Plan. Der kostet neu, jetzt für deutsche Verhältnisse, 17 Euro. Um gleich kurz zu rekapitulieren, der Basisplan ist 7,99, der Standard 10,99 und der Premium 13,99. Was vor allem beim neuesten oben drauf kommt, sind besserer Ton. Wenn man aber die Pläne da anschaut, da, wie soll ich sagen, hat sich zumindest bei den ersten Berichten und bei den ersten Leaks ein bisschen was verschoben mit den Anzahlen Nutzern. Bei der offiziellen Bekanntgabe jetzt ist es aber wieder gleich Basis, ein Nutzer Standard 2 und Premium 4. Und ich nehme an, Ultra somit dann auch 4 und halt eben für den teureren Preis. Ich bin mal gespannt, ob sich das durchsetzen wird oder ob es schlussendlich dann einfach wieder eine Preiserhöhung für alle geben wird. Das werden wir sehen. Bei Skype im Microsoft-Land gibt's Updates. Und zwar zum einen arbeitet Microsoft unglaublich stark daran, Skype auf eine globale Plattform zu bringen, sprich auf einen globalen Stand zu bringen, auf allen Plattformen gleichzeitig Features raushauen zu können und der gleiche Code überall etc. Und etwas haben sie jetzt nachgereicht, was bei anderen Messengern schon lange da ist und das ist die Lesebestätigung. Wenn ihr also jetzt in der Zukunft plötzlich dann bei Kontrahenten, mit denen ihr chattet, so ein Bubble im Avatar drin seht, so einen runden Knopf unten rechts, dann heisst es, dass die Person das gelesen hat. Das funktioniert auch in Chats mit mehreren Personen. Zumindest, wenn sie unter 20 Teilnehmern ist, sieht man da mit anhand der Knubbels, wer der Chat-Teilnehmer oder der Gruppen-Chat-Teilnehmer die Nachricht schon mitbekommen hat. Und zu guter Letzt kommt es. Ein Lacher von Sony. Ja, wie peinlich ist das denn? Und ich hoffe es nicht, dass es bewusstes Marketing war, weil, ja, halt schon ein bisschen doof, Sony. Immer moniert ihr oder, ja, motzt ihr wegen Leuten, die illegal Filme online stellen. Und was macht ihr? Ihr stellt anstatt einen Trailer zum Film Kali the Killer und ein bisschen weiterer Untertitel, stellt ihr keinen Trailer online, sondern das eineinhalbstündige finale Produkt. Und, ja, da kommt wieder mal das Thema zu sprechen. Wenn man den Trailer gesehen hat, hat man den ganzen Film gesehen. Da ist es definitiv so. Und, ja, Sony, den Spot müsst ihr jetzt ertragen. Das kann es wirklich nicht sein, dass da nicht, ja, zumindest einer darauf geschaut hat und nicht gemerkt hat, dass der Upload nicht nur 5 Minuten dauert, sondern vielleicht 20, 30, 40 oder wie lange auch immer. Ähm, ja. Sollte das Teilchen jemand runtergeladen haben, ähm, in der Schweiz dürfen wir ja. Ja, in diesem Sinne. Das waren die News, die wir für heute für euch bereit hatten. Ähm, ja, morgen ist ein neuer Tag. Euch auf jeden Fall, oder ich hoffe, dass ihr jeden Fall morgen wieder dabei seid. In dem, bis dann, euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Und ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Euer Pogipsi. Bis dann. Ich gehe jetzt auch mal einen Film hochladen. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.